Hier ist eure Britta in der Naturfarbe und mitten an meinem Kleid. Hat sich jetzt umgezogen, ist auf normal im schwarzen Kleid. Das sieht bestimmt auch klasse aus. Exorbitant. Steht mir wieder mal, ich bin immer eine ganz tolle Frau. Die Kati weiß auch was entsteht. So. 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 See. So. 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 Ja? Ja? Ja?